Tja, und auch von ihm sind wir natürlich froh und stolz, ihn aktuelle züchterische Visitenkarten hier darstellen zu dürfen. Es gibt einen Züchter, einen ganz passionierten jungen Mann, Nikolaus Crissikos, der keine Mühe gescheut hat, uns hier ein Anfang März geborenes Hengstfohlen zu präsentieren. Heißt auch Crissikos, hier ist der junge Mann von Cluny, aus einer Landkaisermutter. Habt ihr einen fröhlichen Applaus parat für diesen jungen Herrn? Hier ist Crissikos. Tja, und er steht hier quasi symbolisch für das, was Cluny doch dominant seinen vielen, vielen schon sporterfolgreichen Kindern immer mitkimmt. Tolle Exteriörwerte, unglaublich drahtig im Antritt. Schönes Gesicht dabei. Auch dieser junge Mann, schon äußerst taktbeflissen hier unterwegs. Anfang März geboren, also noch nicht einmal vier Wochen alt. Und schon so, guckt mal hier, was der Bewegung hat, Herrschaften. Cluny war Landkaiser. Meister Crissikos, wo ist er denn? Wir wollen ihn auch mal sehen. Da steht er in der Ecke. Möchte mal fünf Meter vortreten, auf das das bayerische Jubeln dich auch erreichen möge. Gib ihm mal einen Applaus. Kann mit Fug und Recht stolz sein auf sein Hengstfohlen. Jawohl. Crissikos. Schönen griechischen Namen dabei. Ist ja top angesagt gerade, die griechische Idee. Gott sei Dank ist dieser Züchter ein bisschen liquider. Sehr schön. Ja, damit wollen wir es verwenden lassen. Formidabel hier dieser junge Mann. Ein Applaus doch obendrauf, auch für den Züchter. Dankeschön. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020